Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Megafarm. Ist eh langer Daimler zu Megafarm gekommen, ich hab auch ehrlich gesagt den Überblick verloren. Müssen wir mal heute schauen, wie das da weitergeht. Weil, keine Ahnung, ähm. Ich muss mir mal kurz einen Überblick verschaffen. Da ist der Dandelpunkt, da sind verschiedene Sachen angesehen. Okay. Ist jetzt auch die nächste gute Folge, man wollt ihr Mais ansehen. Ich glaub, da müssen wir davor grubbern. Ähm. So. Eben, der steht da. Da ist aber eh schon fertig gegrubbert. Den können wir jetzt vom anderen Feld umschicken. Und dann können wir da beginnen Mais anzusäen. So. Und so. Ja. Genau. Ich muss das nicht aussehen. Jeder mal typisch. Headband. Ja, okay. Irgendwie logisch, dass die Headband verkommt. Egal. So. Das kann immer ne große Teil. Partner wäre auch ne gute Arbeitsleiter. Das hat man einmal über das Feld und jetzt fertig. Eierabend. So. So. Kurzgenerierung. Dann machen wir die Folge, wenn wir keine. Sollte passen. Ja, so. 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 Lass mir da stehen gehen und einmal ein bisschen hoffen, weil er weiß wie es nicht ist, dass hier noch nicht klar kommen. Und da irgendwo haben wir einen zweiten Anseher, den schiebt man nachher auf das Pen. Viele viele viele, die haben recht geschätzt überlegen da heute. Der Wahnsinn, wieder mal. Mega kaum, mega stresst. So, wenn wir kurz gehen gehen, vor der Rende machen wir den Teil. 1, 2, dann machen wir die Ecken scharf. Scharf das. Und das. So, das kurz ist generiert. Kann man auch gleich ändern. Weil da brauchen wir den Kug gegen den Vorzeiger schon. So, jetzt passt. Jetzt kann man einstellen. Und dann soll der das eh auch machen. gut. Und dann kann man jetzt auch, so der eine Masse zu der zweite Bahn führen oder so. Dann kann man jetzt zu dem wechseln, wo du ihn auf die erste Bahn loswerst. Ja. Es freut einem dann wieder, wenn es dann wieder halbwegs gut klappt. Ist dann immer erfolgsverlämlich. Ja. Vor allem bei mir. Weil ich habe im LS16 nie viel in den Kursler gearbeitet. Ich habe wohl hinweg genutzt. Nicht so richtig. Nicht so richtig. Das machen wir jetzt in der Station immer. Aber da mache ich auch vorgegangen, also. Egal. Dann soll es passen. Ja, okay. Aber da rein schön. Wird meist angesät worden an. Dann haben wir jetzt eine Masse. Die Masse wird auch meist angesät worden. Der wird meist angesät. Was können wir machen? Da ist der Kurs für die Wiese. Das hilft dann W1M. Für die Wiese. Also Wiese. 1. Und da ist es der Kurs zum Nähen. Weil wir wollen ja dann sicher auch noch in anderen Wiesen halten. Beziehungsweise auch. Deswegen kann man da Wieses ankommen. Und damit wir eh wissen, was er steht. Das M ist in dem Fall dann. Halt da Nähkos. Weil wir machen dann auch noch einen Schwaden und so. Hätte ich immer halt gedacht. Aber dann müssen wir schauen, ob das alles so hinhaut. Wie ich es gedacht hab. Und jetzt schauen wir mal. Den nochmal dabei seine Kunststücke hat. Äh ja. Wobei. Macht man jetzt doch gar nicht. Jetzt kurz so. Und dann schauen wir mal. Wie viel Gülle. Beziehungsweise Milch wir haben. Weil. Ich hätte da schon noch was. Boah. Äh. Das ist ja immer nix. Super. Im Shop haben wir halt mal saufig gesehen. So. Hm. Gülle haben auch viel. Mist haben auch viel. Milch haben auch viel. Aber. Würst uns immer nix. Sauberkeit Nullprozent. Der sollte man ja mal aufbauen. Egal. Ähm. Weil. Äh. Schauen wir mal da wo drin. So. Uh. Der hat gut unterhalten. Überraschung. So. Äh. Was machen wir jetzt da? Eine Runde abhören lassen. Der hat gut unterhalten. Überraschung. Haben selber ein kleiner Stück. Dann wenden wir hier. Hier. Und zeigen ihm. Dass er da weitermachen soll. Oh je. Ich weiß gar nicht wo der Team von Volt. Der hat auf jeden Fall eindeutig die Fallschritte. Besame in Frankreich hat. Ja. dicht. Auf der stehe ist mir jetzt nicht wichtig. Verhält aber was nicht? Äh. Aber was der macht. Weißt du mir nicht. Was sein wir denn. Oder äh. Ja. Grann. Das ist nicht. bei der Arbeitszeit, die du schon hast. Ja, genau. Die Rechnung. Doch, das ist gar nicht ideal. Ah, witzig. Ich mach mal so ein paar als bewertetaktisch. So, Elfer. Ich kann immer gut arbeiten. Ein paar Teile ist einfach klein, den kann der Elfer. Die anderen Teile fahren wie Crossplay. Geht ja auch gut hier im Moment, aber jungen weder muss man auch mal kompensieren. Zwischen Crossplay und Elfer. So. Der Arbeit wird auch. Der Arbeit wird auch nicht. So. Ähm. Was wollen wir machen? Genau, ich wollte in den Shop gehen. Und zwar weiß jetzt nicht, wo der ist. Der muss jetzt eher selber nachschauen. Nein, ist er nicht. Keine Ahnung, wo der ist. Ähm. Es wäre jetzt das gleiche. Das bei Brom wollen zurück. Ähm. Die weiß es ja. Ah ja, da haben wir eine. Ähm. In Holmaterra Variant. Kann man ja. Ähm. Verschiedene Sachen ausbringen. Ich hoffe das haben wir ja auch. Das werden wir auch haben. Da sind jetzt keine Symbole. Da brauchen wir Hilfe. Ähm. Das werden wir nicht in. 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 Sonst geben wir gerade Geld aus, für nichts und zwar haben wir da auch noch, ich weiß nicht wo das ist, genau das da, aber dann kaufen wir uns jetzt einmal den Holmaderer Variant und dann mit dem dann heißt, dass sie gut aussehen, wenn es rufstürzt, drei Seiten rufstürzt, so, der eine hat das Ende von seinen Routerreist, dann können wir ihn gleich vom Kurs nehmen, ach so, Abfallentlassen, ja, ja. So, müssen wir einklappen, damit man auch mal kann, und dann kann man es schon wieder ausklappen, reifen und zeigen ihm nachher, dass er sogar Kurs generieren, reifen, vorgewendet braucht man keines, ähm, Kurs generieren und dann Abfall reinstellen, das ist ja perfekt. So, dann sehen wir auch, das passt, der braucht halt jetzt nur mal einen Schleppschlauch, der Stänger hinten dran, wie das so schön heißt, ähm, und das haben wir auch vorhin in der. Und jetzt, was ich auch noch nicht. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich werf will das hier so nennen, das ist, aber. Schauen wir mal. Schauen wir mal ob es passt und wenn es nicht nachfällt. Kann man halt ein kleines Hellkauf machen, wenn ich es erstmal so passt. Ist jetzt wahrscheinlich vom Frühstück her nicht zu gut. Aber es ist ein cooles Gerät. Es ist auch ziemlich groß, also ich denke es passt gut in der Megafarm. Weil man es gleich ausprobieren kann. Wird noch mal ein bisschen persönlich gefangen. Und hier ist schon ein interessantes Gerät. Kann man auch mal kurz im Inneren anschauen. Ja, sogar mit der Anzeigen. Sehr cool. Ist hier jetzt neu erhält. Sehr gut. Und ich habe ja vorhin die Breitreifen hier. Für mich schaut es auch sehr gut aus. Der ist auch schon weit gekommen beim Anzeigen. Vielleicht extra da gerade noch Pulse darauf. Damit ich jetzt sehen kann wie weit der ist. Der hat auch schon sein erstes Borgewende verhalten. Läuft ja wie geschmiert heute. Endlich kann man noch mal ein bisschen weiter kommen da. So. Gut, gut. Schauen wir mal. So. Guck mal. Wenn das jetzt nicht geht. Ah ja, geht. Super gut. Und die habe ich schon gedacht. Scheiße geht nicht. Okay. 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 Ähm. Ja. Da ist Zimmer voll. Dann können wir auch schon fahren. Ja. Ich würde sagen wir beginnen jetzt. Achso. Auf dem Teil wird schon was angesehen. Ja. Können wir gleich hinterher beginnen. Aber ich beginne nicht auf der Seite. Wir beginnen auf der anderen. Wir müssen gleichzeitig schon ausfahren. So. Senken wollen wir so nicht. Da kann man dann immer so gut fahren. Ich weiß auch nicht, ob das so die richtige Reihenfolge ist, dass wir jetzt die Bilder ausbringen. Ich hoffe, dass das stimmt. Ich habe auch keine Ahnung. Wahrscheinlich hätte man vielleicht auch das vor dem Ansehen machen können. Ich bin noch nicht so lange in der Landwirtschaft tätig. Aber dann bleibt mit einem großen Ding eingeschrieben. So. Ich muss sogar schauen, ob wir da gut im Ganzen sind. Oh, das platzt nicht. Schaut doch cool aus mit dem Schleppschlaf. Das hängt. Ich glaube, das war richtig gut. Eben. Da machen wir es jetzt einmal selber auf dem Teil. Damit wir das auch ein bisschen sehen. Und. Bevor ich weiterfahre, schauen wir gleich, ob das einen gewünschten Effekt zeigt. Einfach mal mal sehen. Das wachsen. Ähm. Gedünkt. Warum ist die wirklich nicht gedünkt? Ah. Es benötigt Kalb. Hat keinen Unkraut. Okay. Das ist schon mal gut, dass es keinen Unkraut hat. Ähm. Gedünkt ist es da, wo man quasi das macht. Aber das ganze... Warum muss es gibt... Okay. Vielleicht sollten wir es einmal klühen. Keine Ahnung. Wenn wir uns merken, dann werden wir es einmal klühen. Und es benötigt offensichtlich auch Kalk. Das kann man aber auch machen. So. Aber das mit dem Dünnen ist schon ein Erfolg. Das ist klar. Also klühen werden wir es halt nachher machen. Am meisten werden wir vom Dünnen. Und. Ja. Dann werden wir es aber vielleicht auch nur davor kalken. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollten wir heute mal mit... Also an diesem Tag im Spiel leben. Wir werden mit dem Dünnen Erfolg am Ende sein. Aber. Im Spiel an dem Dark Toll schnaß dann auf jeden Fall. Nur fertig schaffen, alle Felder anzusehen. Alle Felder zu dünnen. Und dann eventuell noch zu kalken. Wobei Kalken jetzt einmal... Indisch wieder ist, finde ich. Also einmal dünnen und... Ähm. Da habe ich jetzt noch... Dann... Dann fahren wir einmal zurück. Und bedanken wir euch. Und weil ich hoffe, wir haben genug gehört. Das ist wirklich nicht so gut. Und nicht so gut. Ja. Das wird knapp. Sonst müssen wir halt noch nicht. Ähm. Das geht nicht an mir aus. So sind wir eigentlich schon dran. Äh. Das wird zum Beispiel auch reichen können. So kann man ja schnell zurückfahren. Wenn man nur so wenig mitnehmen kann. Äh. Naja. Äh. Wir brauchen dann auf jeden Fall aber einen größeren Kuhschlag. Und dann zweiten. Damit man mehr Gülle kriegt. Aber... Ist ja nichts, wenn man nicht einmal Gülle selber produzieren kann. So kann man gleich arbeiten machen. Ist ja nicht schön. So. Dann finden wir aber die nächste Bahnen Gülle aus. Falls man nicht so... Verspende eigentlich schon mal immer den. Wenn man ganz still nicht überlappen muss. Aber jetzt haben wir auch mal den... Holmar Dara Variant gesehen. Den... Das hat mich... Also den wollte ich unbedingt überzeigen. Weil die wird sehr groß. Und... Ich habe gerade unendlich, wenn wir die Woche wieder auf YouTube sind. Wo man... Genau eben... Dieses Modell... Immer Einsatz... In der echten Landwirtschaft führen hat. Und da haben wir dann gedacht... Oh Gott. Ja. Gibt's dann... Im LF auch. Sehr cool. Muss ich unbedingt anschauen und danach zeigen. Weil... Ist schon ein cooles Gehirn. Er hat jetzt eben mit sehr großen Kuhschlag. Und man könnte sich ja auch eventuell so ein System dann ausdenken. Dass man mit den großen Tuchdüngerfässern... Wenn's weiter weg ist. Wenn's weiter weg ist. Zuventuell gehen. Und hoch ist es ja... Dann passt man dem hin. Aber wenn's weiter weg ist. Kann man mit... Großen Tuchdüngerfässern hin und her fahren. Und... Dann auf dem Feld arbeiten. Das wäre die... Und dann... Ich würde sich das einiges Übersalion... habe an meine Stadien... Und dann... So. Das wäre »Schickes Lille«... Die desangelaide und machen uns... Und das cool ist ja auch bei den unterschiedlichen Texten, wo anfällig ist und wo bekommst, hat die Gründe nachher auch noch unterschiedlich, auch noch ein bisschen Unterschied, das Aussehen hat man da hinten so gut gesehen, naja, alles sehr, sehr cool gemacht, und das ist doch richtig cool, wenn so ein bisschen Leben da ist, ich meine, wir haben ja gerade vier Fahrzeuge meint, dass wir steuern nur eine, das ist doch richtig cool, oder? So, wenn wir noch, da sind, so da, und da geht, ich müsste einmal kurz, weiß nicht, so da sind wir schon wieder, und sind mal leer, Mann, können wir uns einmal da hin und fragen, uns was der jetzt macht, irgendwas komisches, egal, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, und ja, dann lasst gerne ein Abo da, wenn so ein Fan hört, zeigt es jetzt mal auch gerne mit einem Like, und bis zum nächsten Mal.